Kompetenz für Ausbau, Sanierung und Trockenbau. So lautet das für sich sprechende Motto der SWM Balacek GmbH. Das Top-Unternehmen ist in der Baubranche als einer der vielseitigsten Betriebe bekannt. So gehören neben verschiedenen Ausbauten und Sanierungen auch Holzverkleidungen, Sonderkonstruktionen sowie Schallbrand-, Wärme- und Strahlenschutzwände zum umfangreichen Leistungsspektrum. Diplom-Ingenieur Edwin Balacek legt als Firmenchef bei allen Projekten größten Wert auf eine ausführliche Beratung. So ist stets garantiert, dass all ihre Wünsche tadellos umgesetzt werden. Zahlreiche Bauträger, Hausverwaltungen und Privatkunden schätzen die Zuverlässigkeit bei der Bauausführung und die vielfältigen Möglichkeiten, die man ihnen hier bietet. Einer der größten umgesetzten Aufträge war übrigens der Komplettausbau des Isartowers, mit 150 Wohneinheiten. SWM Balacek GmbH – stets auf dem neuesten Stand der Technik. SWM Balacek GmbH – stets auf dem neuesten Stand der Technik. SWM Balacek GmbH – stets auf dem neuesten Stand der Technik. SWM Balacek GmbH – stets auf dem neuesten Stand der Technik.